hallo in dem video möchte ich euch ganz kurz die installation von dem alten kraft duschkopf zeigen im blog post habe ich euch ja schon eine menge infos dazu gegeben was es mit den perlen auf sich hat dann wollen wir mal austauschen alter duschkopf schön verkalkt obwohl ich ihn erst vor 14 tagen sauber gemacht habe aber irgendwann ist natürlich auch feierabend da kriegt man den kalk nicht mehr ab einfach den schlauch schrauben und den neuen duschkopf aufschrauben sollte er nicht dicht sein in jedem produktpaket ist teflon band welches man einfach zwei dreimal rumwickelt auf der schraubverbindung natürlich und dann sollte es dicht sein da wollen wir mal gucken hier oben ist so ein kipphebel an dem man die sprühstärke verstellen kann und dann wollen wir mal sehen wie lange der duschkopf so bleibt complimentary